Heute geht es mal um die Vorteile von Instagram Stories und wie man sie richtig verwendet. Für all die, die jetzt sich überhaupt nichts darunter vorstellen können, mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Was sind Instagram Stories überhaupt? Instagram Stories sind kurze, vertikale Videos oder Bilder, die auf der Plattform veröffentlicht werden können und sogar auch auf der Plattform erstellt werden können. Nach 24 Stunden verschwinden diese automatisch, es sei denn, man speichert diese in ein Highlight. Das heißt, man kann ganz gezielt auch Instagram Stories verwenden oder erstellen, die dann auch langfristig auf dem Profil sind. Instagram Stories werden hauptsächlich dafür verwendet, tägliche Aktivitäten zu teilen. Andere zeigen gerne Einblicke hinter die Kulissen und weitere machen hauptsächlich ihre Promotionen darüber bzw. halt ihre Werbung. Wie du Instagram Stories für dich nutzen möchtest, liegt später bei dir. Also du musst nicht zwangsläufig viele private Sachen teilen. Ich spreche zum Beispiel auch fast gar nicht mehr in meinen Instagram Stories, weil ich gemerkt habe, dass dadurch einfach meine persönliche Reichweite etwas schlechter wird. Was aber nicht bedeutet, dass Sprechen grundsätzlich schlecht ist. Denn auch eine etwas schlechtere Reichweite kann grundsätzlich erstmal gut sein. Es hört sich paradox an. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit sprichst und sprichst, baust du zu den einzelnen Menschen natürlich sehr viel Vertrauen auf. Und dadurch, dass diese Menschen sich dann an dieses Format gewöhnen, wird Instagram irgendwann auch bemerken, das scheint ja cool zu sein hier und es mehr deiner Follower wieder anzeigen. Denn, und da muss ich ganz kurz am Anfang nochmal so einen Mythos basteln, es ist nicht so, dass wenn mir jetzt jemand folgt, er auch automatisch später meine Story guckt. Ich habe zum Beispiel 100.000 Follower, knapp da drüber. Und es gucken im besten Fall, im besten Fall 8.000, 9.000 Leute meine Story. Im Schnitt ist es eher noch da drunter. Und das ist völlig normal. Mit 9% oder 8% in der Spitze bin ich schon wirklich, wirklich weit, weit vorne in der Story Viewer. Also ich habe Leute, die haben das mit einer halben Million Viewer nicht. Also die haben 500.000 Follower und haben dann gerade mal ihre 5.000, 6.000, 7.000 Leute, die ihre Story gucken. Das hängt damit zusammen, was für eine Strategie man fährt. Wenn man jetzt extrem viel Werbung macht, ist es ganz klar, dass man wenig Story Viewer hat. Und wenn man jetzt extrem viele Storys macht, ist es auch wahrscheinlicher, dass man wieder insgesamt weniger Story Viewer hat. Aber jeder verfolgt da seine eigene Taktik und ich bitte dich, schau nicht zu sehr nur auf die Zahlen. Was sind jetzt die eigentlichen Vorteile von einer Instagram Story? Der Hauptvorteil ist wahrscheinlich die Steigerung der Sichtbarkeit. Denn einen Beitragspost, den sieht man einmal kurz im Feed und dann war es das. Eine Story kann man theoretisch mehrfach am Tag machen und immer wieder dem Follower, ja sozusagen, aufploppen. Du kannst also ganz klar deine Sichtbarkeit und auch deine Reichweite kurz- und langfristig mit Instagram Stories pushen. Denn Instagram Stories werden in dem oberen Bereich angezeigt und da sind halt mehrere direkt nebeneinander. Das scrollen die Leute auch gerne durch. Und manche Leute gucken sich halt wirklich von der ersten Instagram Story von irgendeinem Konto bis zum letzten Konto über den Tag fast alle Stories an. Und somit bekommst du halt mehr oder weniger automatisch auch Reichweite auf deine Stories. Wenn die dann noch gut sind, dann kommt der Zuschauer natürlich gerne irgendwann extra wegen deinen Stories dahin. Beziehungsweise wenn er lange auf deinen Stories bleibt, dann wird dein Kreis oben bei Instagram immer weiter vorne angezeigt. Sobald der Follower dann online kommt, sieht er höchstwahrscheinlich zuerst deine Story. Und je höher deine Reichweite in der Story ist und je eher die Menschen daran gewöhnt sind, bei dir irgendwie zu interagieren, je eher, falls du ein Unternehmer bist, kannst du dort auch Produkte verkaufen. Und das wird auch wichtig für Influencer. Denn wenn du irgendwann mal eine Kooperation hast und du machst alle vier Monate zum Beispiel eine Kooperation in deiner Story, dann wird diese Kooperation wahrscheinlich eine absolute Katastrophe, weil du gar nicht dein Zuschauerpublikum daran gewöhnt hast, dass bei dir halt ab und an mal Werbung kommt. Und dann schalten alle weg und dann wirst du merken, dann hast du vielleicht noch 10, 15, 20 Prozent deiner Story-Viewer, die du einen Tag davor hattest. Keine Panik, nächsten Tag oder einen Tag darauf ist es meistens wieder reguliert. Wenn du merkst, deine Story-Viewer fallen extrem, dann mach mal für 24 bis 48 Stunden gar keine Stories, dann hat sich das meistens wieder erledigt. Der zweite Vorteil von Instagram-Stories ist die Interaktion mit deinen Followern. Denn deine Instagram-Story bietet deinem Follower eine direkte Möglichkeit, mit dir zu interagieren, dir zu schreiben, dir, keine Ahnung, auf deine Fragesticker zu antworten, bei einer Umfrage mitzumachen und, und, und. Du kannst dort eine wahnsinnig enge Beziehung zu deinen Followern aufbauen, alleine dadurch, dass du sie immer mal wieder was fragst. Vielleicht auch mit dem Fragesticker und dann auch diese Antworten ab und zu mal teilst. Das kann man natürlich nicht komplett machen. Wenn ich einen Umfragesticker mache und dann ein Frageding, dann habe ich da hunderte Nachrichten. Die kann ich natürlich nicht alle in der Story teilen. Aber alleine, dass die Menschen mal ihren Senf dazu abgeben können, verleitet viele dazu, das auch zu machen. Und je mehr Interaktionen deine Story hat, je mehr wird Instagram deine Story weiter nach vorne setzen, bei den Leuten, die interagiert haben, aber auch bei Leuten, die dich vielleicht länger nicht gesehen haben. Du musst mal ganz nach hinten durchscrollen. Wenn du jetzt zum Beispiel 200 Leuten folgst, ganz hinten durch, wer kommt als letztes bei dir? Das sind meistens Leute, die entweder gerade Werbung machen oder wo man nicht interagieren kann. Bei meinen Storys kannst du in der Regel immer interagieren. Du hast also entweder einen Fragesticker, wo du draufklicken kannst, ja oder nein. Du kannst mir antworten, du kannst mir schreiben. Ich triggere das extra. Denn je eher ich das triggere, je mehr Aufrufe bekomme ich auch. Punkt Nummer drei ist die Erhöhung des Gesamtengagement. Instagram-Stories bieten dir eine Möglichkeit, dass der Follower eine engere Bindung zu dir aufbaut. Denn wenn er häufig mit dir interagiert und du machst jeden Tag eine Story, also interagiert er jeden Tag mit dir, wird er auch deine Feed-Beiträge viel eher sehen und natürlich auch langfristig deine Story. Das heißt, das Engagement, das er dann täglich abgibt, auch wenn er es nur guckt, gucken, also deine Story anschauen komplett, ist ja auch ein Engagement. Das sorgt dafür, dass dieser oder diese Person, dieser Follower, deinen Beitrag, deinen nächsten Beitrag immer wieder und wieder ausgespielt bekommt. Das nennt sich sozusagen Beziehung. Je stärker die Beziehung zu dem einzelnen Follower ist, je eher steigt deine Reichweite auch langfristig. Und du kannst jetzt sogar in deiner Story auch noch Hashtags und Standort-Tags teilen. Und das bei dem Standort ist super spannend. Also du kannst ja oben dann, wenn du auf dieses kleine Viereck klickst, einen Standort-Tag auswählen und da irgendwo reinschreiben, wo du gerade bist. Und die Standorte selber haben mittlerweile wieder eine Story. Und jetzt stell dir mal vor, du bist gerade irgendwie in Köln, machst deinen Standort-Tag zu Köln, dann können das alle sehen, die gerade nach Köln sozusagen googeln, also bei Instagram suchen. Nicht googeln, sondern bei Instagram suchen. Und jeder von diesen kann dann theoretisch auf deine Story kommen, jeder von diesen Menschen. Und das erhöht teilweise drastisch deine Reichweite. Also verwende auf jeden Fall jedes Mal ein Hashtag und ein Standort-Tag. Ein Hashtag bringt aktuell nicht viel, aber mach es einfach mal. Schaden tut es ja auch nicht. Du kannst die auch verkleinern oder verstecken, in eine Ecke ziehen oder sonst was. Aber so ein Standort-Tag hat mir teilweise schon mal 300, 400 Story-Viewer mehr gebracht und sogar schon Abonnenten. Hören wir mal zu Teil 3 dieses Videos. Ich möchte dir noch so ein paar konkrete Tipps geben, wie du denn die Storys wirklich verwenden solltest. Ich würde dir empfehlen, sehr regelmäßig Storys zu machen. Regelmäßig bedeutet aber auch bei mir, einmal in 24 Stunden mindestens, beziehungsweise einmal in 30 Stunden. Meistens lasse ich meine Storys 1, 2, 3, 4 Stunden lang auslaufen. Das heißt, ich mache heute eine Story und dann mache ich die nächste erst wieder irgendwie in 30 Stunden. Manchmal liegen auch zwei Tage dazwischen. Ich habe gemerkt, dass wenn ich, sagen wir mal, 5 Storys die Woche nur mache, nur 5 Stück, habe ich mit Abstand die höchste Reichweite. Und wenn ich dann mal was verkünde, dass ich zum Beispiel irgendwie einen neuen Podcast habe, einen neuen YouTube-Kanal habe oder sonst irgendwas, dann sehen das halt deutlich mehr Menschen, als wenn ich jetzt jeden Tag 4, 5, 6, 7 Storys pushe, mich richtig stresse damit auch und dann doch nur die Hälfte der Reichweite habe. Du musst das aber für dich entscheiden. Wenn du viel mitzuteilen hast, dann teil viel mit. Es wird erst mal so kommen, dass deine Reichweite dann in den Keller geht. Wenn du das dann aber sehr gut machst, steigt sie langfristig sogar noch viel, viel höher, als wenn du relativ wenig da bist. Das hat was mit so einem Prinzip zu tun. Je öfter man jemanden sieht, je eher mag man den. Also versuch schon, regelmäßig dort zu sein. Die Story ist meiner Meinung nach fast wichtiger als der Feedpost für deine bestehende Community sowieso, aber auch für langfristiges Wachstum. Denn was du halt nicht siehst, ist, wenn die Menschen dich weiterempfehlen, in WhatsApp-Gruppen, in sonst irgendwas. Klar, sie schicken deine Beiträge weiter, aber dann kommen die Leute auf dein Instagram-Profil und dann gucken sie meistens eine Story. Wenn du richtig gut vor der Kamera bist, dann mach diese Stories persönlich, also sprich mit den Leuten, halte sie aber bitte sehr, sehr kurz. Es ist nicht so leicht, 30, 40, 50 Sekunden lang Stories zu machen, die wirklich gut sind. Also fang nicht an zu labern über drei Minuten hinweg, sondern mach es ganz kurz. Schreib dir vorher auf, was du sagen willst, komm auf den Punkt und mach es kurz. Und dann sorg dafür, dass du irgendwie was fragst, eine Umfrage machst oder eine Frage stellst oder sonst irgendwas. Du musst in jeder Story die Menschen wirklich dazu verleiten können, dass sie interagieren könnten. Dafür gibt es auch super viele Tipps und Tricks. Einer, der so ein bisschen manipulativ ist, ist zum Beispiel, wenn du absichtlich irgendwie ein Wort oder so falsch schreibst, was dann halt zweideutig ist. Ich habe zum Beispiel mal einen Kirschbaum gepflanzt und habe dann halt Kirche geschrieben, also eine Kirche, die mit dem Gotteshaus. Da haben halt total viele Leute darauf geantwortet, haha, kommt dann Jesus da raus oder sonst irgendwas. Das war Absicht in dem Moment, weil es, klar, ich wollte es halt auch mal testen, aber es steigert enorm deine Interaktionsrate, weil du kriegst dann halt 40, 50, 60 Nachrichten, also jetzt in meinem Fall, nur deswegen, weil die Leute sich dann halt mitteilen möchten. Punkt Nummer zwei ist, diese ganzen Reaktionen rufst du am besten damit hervor, indem du diese ganzen Sticker benutzt. Also, ja, nein-Sticker oder wo man halt mehrere Antworten eintragen kann, also generell der Umfrage-Sticker oder der Fragen-Sticker, wo Leute was reinschreiben können. Dieser Slide-Sticker, den würde ich als drittes nehmen, weil da müssen die Leute schon fast mehr machen, als nur zu tippen. Bei mir klappt dieser Tipp-Sticker sehr, sehr gut oder auch dieses Emote, wo du dann draufklickst und dann kommt so eine Animation von Herzchen oder sonst irgendwas. Du kannst bei deiner Instagram-Story auch extrem kreativ werden. Es gibt Menschen, die geben sich richtig viel Mühe für ihre kleinen Kurzvideos. Du kannst sie zum Beispiel auch vordrehen auf so einer Kamera hier und die dann später einfach hochladen, weil grundsätzlich ist eine Instagram-Story auch nichts anderes als so ein kurzes Reel. Und wenn du halt so ein paar Statements zum Beispiel sowieso als Zitate postest, könntest du die auch einfach mal an einem Tag alle aufnehmen und dann, ja, hintereinander. Also wie gesagt, du musst ja nicht mehrfach am Tag, sondern jeden Tag mal ein so ein Zitat posten oder auch nur einmal die Woche. Wenn du dich ab und zu mal persönlich zeigst, ist das wirklich ein riesen Game-Changer. Viel mehr gibt es bei der Instagram-Story nicht zu sagen. Es gibt natürlich noch tausend Sachen, auf die man achten kann, zum Beispiel, dass wenn du jetzt eine Story machst, dass die Beleuchtung gut ist, dass man dich gut versteht, dass kein Dreck im Hintergrund ist oder sonst irgendwas. Weil du hast eine gewisse Branding-Maßnahme auch in der Story. Die Leute nehmen viel wahr, also viel, viel mehr, als man selber denkt. Und wenn man durch so eine Wohnung läuft, die halt zum Beispiel total unaufgeräumt ist oder so, die Leute nehmen das schon wahr. Und wenn du als Experte oder als Influencer irgendwann mal arbeiten möchtest, dann erwartet man so ein paar gewisse Sachen von dir. Natürlich darfst du unordentlich sein in deinem Leben, ist ja überhaupt kein Problem. Du musst es aber ja nicht jedem zeigen. Es gab schon so Momente, wo ich mit Leuten also so geskypt beziehungsweise gesoomt habe und ich habe dann halt gesehen, dass bei denen alles irgendwie schmutzig ist und die wollten halt als Experte wahrgenommen werden. Und so kannst du nicht in den Call gehen. Und so solltest du auch in deiner Instagram-Story zumindest ein bisschen auf deine Wahrnehmung achten. Bei mir ist es zum Beispiel aktuell so, ich lasse meine Haare wachsen, das sieht man hier dran, deswegen trage ich immer eine Mütze. Normalerweise würde ich gar keine Mütze tragen, aber meine Haare sehen im Moment so verrückt aus, deswegen mache ich das lieber so. So, Mütze ist auch Branding, weil das ist so, jeder verbindet was anderes mit so einer Cappy irgendwie, aber ich bin jetzt kein typischer Business-Coach mehr, nur weil ich die Cappy trage. Und so kannst du die wahrnehmen und ein kleines bisschen auch verändern. Nutze auf jeden Fall deine Instagram-Story, die ist super, super viel wert. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie du überhaupt erstmal Follower bekommst, damit Leute überhaupt deine Instagram-Story sehen, ich habe dir hier mal ein Video gemacht, mit 35 Methoden, wie du effektiv einen Follower heutzutage gewinnst. Viel Spaß dabei und wir sehen uns dann da. Haut rein, bis dann, euer Sebi Forst. Ciao.